Was macht der Alkoholiker hier? Ah, jetzt ja. Eine Insel. So, okay. Da! Eine Insel. Eine Insel mit zwei Bergen. Moin und willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von GTA Online mit Herrn Bergmann und Harus. Wir spielen heute Demolition Derby Arena. Wir sind im Team, das riecht nice. Hey, Harus! Hast du schon angeschossen worden? Ja, es ist auch jedes Mal das Gleiche mit euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ist denn jetzt hier? Schnell, schnell, schnell! Das Last Man Standing oder man? Ich wollte gerade noch winken, Alter. Wink oder wank? Meine Frisur sieht immer aus, als wäre ich so eine Playmobil-Figur, Alter. Als ob du eine Frisur hast. Keine Haare ist keine Frisur, Max. Ach komm, das ist ja genau das Problem, ich hab Haare. Jägervolles Uf, hier, Alter. Aber warum versteckst du die? Okay, lass dir schön im Kreis fallen. Aber wir können auch Waffen, oder? Oh ja, nee, können wir nicht. Oh, okay. Ich werd mal hier komplett... Boah, Alter, du hast ihn sofort reingedrückt, Alter. Wow! Wow, ganz großes Keen auf jeden Fall. Was passiert, was passiert? Oh, Mutter... Oh, damit hat er nicht gerechnet, damit hat er nicht gerechnet. Ich hab doch mal ein bisschen was im Weg gelegt. Ah, nein! Habe ich dich getroffen mit den Dingern? Ich hab mich selbst getroffen. Wie nice war das denn? Kann man noch ein bisschen unten rum, Taros, oder? Ja. Also erstmal muss man ja dann wieder so lange warten. Ja. Ja. Ja, das ist kaputt. Hier, rät einer rum, Alter. Lass ihn mal holen hier. Ja, das ist bei uns, Alter, egal. Baaah! Da fällst du lang, ey. Wie viel stellt das Auto? Wer als erstes im Auto ist? Nein! Ich fand das war mal eine gute erste Runde für uns. Ja, ich fand das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Wiederholen wir das bitte nicht. Du bist einfach da auch nicht drauf gespawnt. Nice. Tilgert. Bergmann Vorsicht! Bergmann hinter dir! Oh Gott! 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 Wir sind alle hier... Jetzt reicht's, Alter! ...schön verstreut. Zusammen, komm! Oh, Alter! Was war bei ihm denn los? Oh, hör mal! Oh nein, mich auch! Ich glaub, das schubst mich direkt hier unten rein! Nochmal, nochmal! Ach nee, alles gut, ich hab's geschafft! Oh, ach so, das sind die Dings hier, die winden wieder, Alter! Oh, Alter! Oh Gott! Oh, er ist runter, er ist runter! Nice! Er ist runter! Komm schon! Ich hab ihn! Yes, Sir! Waren das alle? Komm, den Looping fahren wir, den Looping fahren wir! Einer ist doch nach oben, oder nicht? Nee, Bergmann! Was machst du denn? Ich wollte den Looping fahren! Hier ist keiner mehr oben! Dann tu's, dann tu's! Ja, geh doch auf, geh doch auf, geh doch auf! Hey! Hey! Hier oben sind! Hier sind Fußballer oben! Er unsurft? Ah! Wie geil ist das denn? Nice aber bisschen Roleplay mit eingebracht! Oh, Digga, wie geil ist das denn? Oh Gott! Hier ist ein nicer Tree voralldem! Wie alles runterfällt, sieht voll nice aus! Sah richtig nice aus! Ich hab ein Dreitausbart, das ist vollkommen cool! Ein Dreitaus... Dreitausend Tagebart? Ein Dreitausend Tagebart! So, jetzt steht er 1-1 Leute! Jetzt müssen wir den Levern, Alter Leute! Weil Macht von Greyskull! Ich habe die Macht! Also wenn der Asiade aus Rogue One die Macht hat, dann hab ich die auch! Ja, dann, dann, dann hab ich auch die Macht! Ey, ich hab den Film nicht gesehen, bitte keine Spoilerinos! Du hast dir was nicht gesehen und da hat... Da, wo jeder stirbt! Du kleines Mils! Das wäre das wirklich eine Frau! Ey! Das ist mein Auto! Können wir auch zusammen eins? Wahrscheinlich! Das wäre ja super lustig! Kannst du mal aufhören? Ihr wartet jetzt mal ganz kurzer! Lass sie kommen, lass sie kommen! Ciao Max! Für Frodo! Ich hab euch echt gemütet, Alter! Oh Gott, ich hab den Selbstmord begangen, Alter! Alle runter? Den werde ich jetzt... Aber! Schade, ganz übel! Verschätzt, ey! Guck mal, Taros zu hier! Ich will hier weg! Ich will hier weg! Ich mach den Looping jetzt! Pass auf! Ja, los, 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 los! Oh, oh! Wuhuuu! Uh! Alter! Digga, nice Drehung, Alter! Und noch schön stups auf den Bergy, Alter! Da kommt er! Tschüss, Öli! Da ist auch keiner drin! Was? Wo ist er? Wollen wir uns mit dem Bellen spielen? Ich spiele mit Herr Bergmanns Bellen, Fragezeichen! Sind alle unten? Nee! Oder einer kommt hoch daraus? Einer kommt hoch? Ja? Oh ja, es ist... Das ist in der Mitte, das ist in der Mitte, der Öli ist das! Ich hab mich selbst vernichtet! Ich hab mich selbst vernichtet! Oh, schade! Zack! Tschüss, Öli! Hast du ihn weggeholt? Ja! Aussteigen wär ne gute Idee gewesen, ey! Ja, hab ich auch gemacht! Ich hol Öli aus seiner scheiß Karre, Alter! Nice, Alter! Wuhuuu! Jetzt hab ich seine Karre geklaut! Das war dumm schaust! Alle müssen oben bleiben, sonst zählt das nicht als Gewinn! Oh nein, er hat mich! Nicht in Strom rein! Zuck, Alter! Nice! Oh, da ist der Stromkasten aber volle Kanne! Jetzt reicht's aber! Auf mich rein! Jetzt hol ihn raus! Oh, jetzt, jetzt, jetzt! Nein, 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 nein! Ja, nein! Einmal, er hat mich kurz geslappt, Alter! Die Toten slap, ne? Ich hab ihn rot gehauen! Nice! Du hast ihn schön gepeitscht, Alter! Ich appreciate das! Match-Gewinner, nice, Alter! Das war's schon! Match-Go-Winner! Das haben wir sehr gut gemacht! 16... Okay! Wir haben jetzt 16 Mal Japan gewonnen! Ah, okay! Ich fand das nice! Guck mal, Reinerhöhung, Digga! 113, Alter! Nice! Ah, der wird schon geformelt! Wiggi, 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 Wiggi! Boah! Am Ende, die drei Stößerchen waren aber nicht wirklich nötig, oder? Das ist wohl meine Sache, oder? Oh, Mann! Gefällt mir! Nice! Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange wir auf der Uhr haben! Äh, 9 Minuten! Wollen wir noch was hinten dranhängen? Ja, auf jeden Fall noch eins hinten dranhängen! Okay, dann machen wir noch eins! Also, bis gleich! So! Wir sind wieder back mit Cars Deathrun! Wir hatten früher schon mal ein paar Deathruns, das ist so, wo man halt normalerweise als Person durchläuft, so Hindernisse, und die anderen müssen dann irgendwie so abballern mit so, ich sag mal, Gimmicks und sowas. Und das Ganze ist jetzt mit Autos wohl irgendwie der Fall, aber ich sag mal mal, Spiel! Wir sind einfach alle verlassen, was ist los, Taros? Warum bist du so am Lachen? Ja, wieso nicht? Was war da jetzt genau lustig, Taros? Wir möchten gerne alle im Klassenzimmer lachen! Magst du mal bitte aufstehen und uns allen bitte nen Witz erzählen? Muss ich jetzt rennen? Ja! Wie, also... Deathrun! Ja doch, wir müssen rennen tatsächlich! Ach, wie nice ist das denn? Steck die Axt weg! Ja, das ist nice! Nee, die musst du behalten, damit du manchmal genauer laufen kannst! So! Und die fahren jetzt eben mit Autos und dürfen die ballern? Oder vor uns ist ein Panzer irgendwie, ne? Ja, ich weiß ja nicht, wie das bei denen, was die mit Cars auf sich hat, das weiß ich auch nicht! Das ist doch ne Falle hier, oder nicht? Ich geh vor, Leute! Just do it! Normalerweise müssen die halt wirklich versuchen mit so Fallen wegzuballern! Aber Achtung, Achtung! Ja, die kommen jetzt von den Seiten! Hinter uns! Hinter uns! Doch, ja! Ich spür sie! Ich kann sie spüren! Ich stehe hier in den Safe Point! Ich bin safe! Okay, weiter, weiter, weiter! Nee, die nehmen die Schanzen mit Sicherheit da! Ich hab Angst, Leute! Ich hab Angst! Das ist voll nice, man! Das ist mega nice! Das sind glaube ich ein bisschen zu wenige hier, oder? Ja, wahrscheinlich! Da kommt so ein bisschen Takeshi's Castle-Feeling auf hier! Oh, wo ist denn Takeshi? Ich komm hier nicht rüber! Ich kann nicht rüber springen! Es passiert nichts jetzt! Ich hör ganz laut einen an der sie sitzen runter! Ja, ich hör das auch! Unten ist einer! Aua! 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 Drauf, 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 drauf! Max will sie den Tisch! Weg, einfach weg, einfach weg, Alter! Ich bin deshalb runter geswitcht, gedroppt, Alter! Ich hab mich wirklich erschrocken! Das ist geil! Ja, das war ein bisschen! Ich fang jetzt hier ne Schlägerei mit den Army-Leuten nebenbei! Ich schlag auf die Scheibe ein! Ich schlag das Auto kaputt! Mann, geh einfach weiter! Geh einfach weiter! Geh einfach weiter! Ja, stimmt! Dann ist er ja komplett ausgesprochen! Was denn das hier für'n Scheiß, Alter! Oh, oh! Das geht sogar! Oh, oh! Okay, los, 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 los! Alter! Oh, Alter! Ich hab ne Knarre bekommen! Bist du noch da? Da ist auch ein Panzer unten! Hast du responnt? Ja, ne, unten! Und ich hab'n Jet! Wie soll man denn hier vorbeikommen? Ey, Leute! Wir können das schaffen! Wir können das schaffen! Ich will ja nichts sagen, ne? Aber! Oh Gott! Oh Gott! Vorsicht! Ich hab'n Düsenjet! Und werdet einfach mal oben euch helfen und die Autos wegballern! Alter! Wie krank ist das denn? Alter! Wir haben's aber schon geschafft! Wir sind da, wir haben die Panzer, Digga! Achso, wir müssen im Panzer steigen! Wir müssen im Panzer steigen! Wir müssen im Panzer steigen, ne? Jetzt können wir sie halt killen! Ist ja easy! Okay, das ist ja echt riesig! Oh, da hängt er bei den Bodenkugeln! Hab' ich! Oh, Alter! Vorsicht! Oh, die sind aber auch im Panzer! Vorsicht! Ja, ja! Aua! War das so gewollt von dem... Kann ich denn? Oh Gott! Ich bin tot! Ich opfere mich! Boah, Alter! Hat nicht geklappt, oder? Nein! Ich hab' mich gekillt! Scheiße! Oh no! Sind wir alle tot? Ja! Oh fuck, ey! Können wir nicht direkt in den Panzer einsteigen und die Jungs einfach wegballern? Ja, das ist ja auch... Das kommt ja nicht! Nee, kann sie glaube ich nicht! Nee, kann sie glaube ich nicht! Nee, nee! Man kann nicht hoch! Ah, okay! Keine Kacke, Alter! Okay, direkt hier rechts die Rampen hoch, weil... Du wirst mir gar nichts zu sagen! Direkt hier hoch, Mann! Du wirst mir gar nichts zu sagen! Und dann Attacke mit Kacke, ey! Mit Kacke? Richtig schön fest drauf da! Bam! 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 Ich werd' den machen, dass er auch mit den Jets... Ja, natürlich! Juhu! Ich hab' den Öli getroffen, Alter! Ach, Quatsch! Echt? Ja! Aber volle Kanne! Oh, Alter! Hab' ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht! Hä, wie kann der denn noch leben? Ich hab' den richtig hart erwischt! Ich hab' den im Kopf getroffen! Ich hab' den beim Kopf getroffen, Alter! Oh, oh! Oh, wer fällt noch runter? Ich hör' den Jet! Nein, das kann gar nicht sein, oder? Ja, doch, klar! Zack! Hab' den Öli! Nice! Tschüss, boy! Tschüss, boy! Tschüss, boy! Er checkt das mit der Bodenkugel nicht! Oh, du hast ihm den Weg fallen! Ach, der ist mit der Bodenkugel! Ja, das war ein bisschen dumm! Aber ich hab' ihn gekriegt! Ich hab' ihn einmal zumindest so... Hi! Mal schon mal ein bisschen Schmerzen... Oh! Ich hab' ihn auch getroffen! Das hört sich an, als ob hier irgendwie ein Jet unterwegs ist, oder so! Er sei sad! Er sei sad! Jetzt ist meine Chance, Digga! Meine Chance! Das ist deine große Zeit! Oh nein! Er hat's gleich geschafft! Er ist gut! Niemals! Niemals, Alter! Ach, Scheiße! Okay! Wir verkloppen beide das Auto! Er ist runtergefallen! Ja? Oh ja, hier ist der Ton! Er ist tot! Hi, Max! Wow! Das hätte mega viel Spaß gemacht! Hab' ich nicht gedacht, ey! Das ist geil! Ich finde das auch sehr, sehr gut! Okay, Leute! Jetzt müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen, Mann! Wer ist denn die Frau, der? Wer ist... Das bin ich! Wer ist klug, wenn man sich splittet, so? Ich bin ein Splitter! Ja, prinzipiell wird man dann nicht sofort runtergehämmert, alle so, ne? Auf geht's! Ganz ehrlich, bin ich schneller ohne das Ding? Hä, wir haben wirklich ne Frau hier! Ja, warum nicht? Er, Max, dein Kopf ist so schwarz! Das ist Locki, ist das! Ja, ich sag doch, ich hab' so'n komischen Möchtegehen... Das ist echt so'n schwarzen! ...Plemmobil-Frisur, ne? Ja, das ist so'n typisch! Das ist wirklich merkwürdiger, ne? Plemmobil-Frisur! Frisiert halt jeder so, was? Nein, das ist einfach so'ne Plemmobil-Freezer, wo ich die eigentlich in real gar nicht hab! Ich bin ein... Alter, nein! Das hat mich so erschrocken, dass ich runtergefallen bin! Wie du sieh'n dich getroffen hat im Kopf, Alter! Ich sag' mal so, ich hab' den Panzer, Alter! Oh! Die beiden, komm! Schnapp's dir den Trigger, komm! Komm! Nice! Oh, die hier! Oh, Max, bitte! Wirst du doch mal die Laude jetzt, ne? Konzentriert' auf das Ziel, Max! Ja, das Ziel ist das Ziel! Nice! Digger! Das hast du gut, Alter! Nice, Max! Match-Gewinner, nice! Ja, das hat mir gefahren! Wir haben 15 Jahre gewonnen, eh! Hey, guck mal, Digga! 14.699! G-G-G, Alter! Leute! Das war Kranzheft Auto für diese Folge! Wir sehen uns morgen wieder. Richtig langweilig wie die Queen, also hohoho! Schaut mal den Jungs vorbei, die sind dann beschrieben, verlinkt! Und ja, bis dann! Ciao! Ciao!